Ich denke, in der Sommerzeit, wenn es ein langer Tag ist, vielleicht ein bisschen langer. Warum nichts? Aber man muss es ein bisschen balancieren. Wenn man da hinzieht, weiß man ja, dass wir Gärten sind und dann kann man sich damit ja abfinden. Was meinst du? Also ich kann verstehen, wenn das die Anwohner stört. Mich würde es auch tierisch nerven, wenn ich jetzt zum Beispiel hier am Markt wohnen würde. Aber prinzipiell fände ich es schon gut, wenn die Sperrzeiten so bleiben. Schließe ich mich doch an. Die soll so sein wie bisher, 12 Uhr oder wann das ist. Fertig.